Ich glaube, der Song bedeutet mir ultra, ultra viel und ich werde ihn immer sehr close to meinem Heart halten. Das war richtig gutes Englisch. Aber einfach, weil er für mich wirklich ganz, ganz viele Momente beinhaltet. Vor allen Dingen zum Beispiel auch den Moment mit bester Freundin seit 13 Jahren. Lustigerweise trifft es fast genau zu. Also meine beste Freundin und ich, wir kennen uns jetzt, ja, quasi genau 13 Jahre sind wir beste Freundinnen. Seitdem wir 13 sind. Und es ist einfach so, oh mein Gott, man kriegt so krasse Gefühle dabei. Und ja.